Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Ich will ja nicht rein. Wir haben gelevelt, wir haben ganz viel unnötigen Kram gemacht, alles offscreen, aber dafür ist unser Protagonist Stufe 11, äh Stufe 22, Verzeihung, das Doppelte von 11 und hat wieder ein Schwert und ein Schild. Und erstmal alle Fehler beseitigen und es war anstrengend. Dafür habe ich wieder ordentlich Kohle, wie gesagt, ganz schön viele, ganz schön viele, viele Erfahrungspunkte gesammelt und Ausrüstung und hat man nicht alles gesehen. Und natürlich auch wieder einen schönen guten Abend zurück an die Leute in meinem kleinen Twitch-Stream an einem wunderschönen Freitagabend oder eher Sonntag, Samstag, Früh. Wir haben es 0.38 Uhr, alles ist gut. Wir sind glücklich, wir fangen weiter. Wir machen hier weiter. Wir müssen mit Tom oder Vince, je nachdem wie der jetzt eigentlich heißt, ich finde das mit der Übersetzung immer so grässlich hier gerade, wieder die Arena betreten und hoffen, dass wir nichts so auf die Klappe bekommen wie in der letzten Folge. Also dann, wir sind fast am Zielpartner. Als nächstes kommt das Halbfinale. Packen wir es an. Glaub aber nicht, du könntest jetzt erstmal die Füße hochlegen. Wir müssen gleich nochmal ran. Bist du bereit? Ja. Und achso, worum geht es eigentlich? Es geht um den Schimmerzweig, der verkauft wurde von den Leuten aus Galoppien? Galoppodia oder so? Ähm, ja, das wird herrlich. Gucken wir mal, wie gut wir jetzt antreten können. Ich hoffe, dass wir den ersten der beiden Kämpfe nicht machen müssen. Okay. Ein Glück. Wir müssen nur gegen, ähm, gegen, gegen, Roberto. Ne, wie hieß denn gleich? Shit! Das wollte ich nicht. Ähm, so, Gruppen, nein, Taktiken ändern. Und zwar Befehle befolgen. So. Jetzt können wir wieder. Ähm, ich habe echt den Namen vergessen von dem Düken. Wie auch immer. Wir hauen zuerst. Wen hauen wir? Ach komm, hauen wir den Goldjungen. Oh, das ist aber schön, was hier abgeht. So. Wir können jetzt auch endlich Flammenhiebe drücken. Das bringt auch nochmal ein bisschen was. Ich will die ganze Zeit Roberto sagen. Mir wird gleich noch der Name einfallen. Am besten ist es nämlich jetzt diesen kleinen definitiv so schnell wie geht umzunutzen, weil genau das jetzt kommt. Genau. Das läuft jetzt noch ganz gut. Aber, es könnte passieren, dass mit dem nächsten Hit, nämlich, ähm, unser guter Rodriguez, ebenfalls Verstärkung bekommt und uns umnatzt. Wir probieren es einfach. Ja, okay. Richtig doofes Ding. Hey, das geht. Ich denke mal, wir bekommen eine Heilung. Sag ich doch. Na, umso besser. Es klappt doch. Und da haben wir den ersten. Nein. Ach, Mann. Der heilt sich mit dem Angriff selber. Das ist ja eine Sauerei. Aber okay. Das kriegen wir hin. 33 Schaden macht er. Gut, dass Tom noch ordentlich raushaut. Aber man merkt echt, wie viel dieses Schilds bringt. Also wirklich, das Schild hat unglaublich gut gedrückt. So, vor allem mit dem Heilen. Wie? Der heilt sich mit seinem Angriff mehr, als er mit dem Angriff Schaden macht? Was für ein Schwachsinn ist das denn? Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Er macht 25 Schaden und heilt sich um 26. Voll bescheuert. Finde ich. Aber okay. Ich glaube, ja, ich wollte es gerade sagen, unser Freund ist jetzt sicherlich auch umgenutzt. Nicht schlecht. Die Rüstung abziehen. Ja, aber das wäre doch trotzdem hohl. Aber 700 Erfahrungspunkte? Nicht schlecht. Das ist genug. Ich kenne das einen. Die Bullion-Boys haben gebetet. Rionaldo, so hieß der Typ. Naja, wir kennen ihn ja. Wir wissen, der kommt wieder. Ladies and gentlemen, it's time for the showdown you've all been waiting for. The grand final of the masked martial arts tournament. That's right. Just two teams remain. Invincibles, if you please. Okay, jetzt wird es nochmal hart, würde ich sagen. They're hot favorites, folks. But will our hometown hero be able to retain his crown? Or will surprise newcomers Ravin Jade snatch glory from the reigning chap? Will the princess and the pudding please take to the stage? Die Prinzessin und die Plauze. Sehr gut. Yes, it's the girl who moves like lightning and the old guy who doesn't move at all. Will they be making history here today? It's time to find out. Ich bin mal echt gespannt. Also irgendwas stimmt in diesem Getränk, nicht? Did you see that? I did. Oh, yeah! Let's do this. Let's win this thing. All right, laddie. Show us what you've got. This is it, folks. One last time now. Let's go. Jawohl. Gegen Plauze und Schnuckelchen kämpfen wir jetzt. Ich würde sagen, ich hacke zuallererst auf Plauze, weil ich das seltsam finde, dass er immer nur so am Rand steht. Deswegen erstmal auf dich. Weil genau, Bodo analysiert die Lage. Und ich finde das ein bisschen unheimlich, dass Bodo die Lage analysiert. Ähm. Ne, komm. Wir machen das nochmal. Jawohl! Das war mal ein Crit. Ah. Er heilt sich selber. Aber das ist okay. Ja. Okay. Das ist weniger cool. Das ist noch weniger cool. Hm. Okay. Hat mit Schlimmeren gerechnet. Also wir bleiben dabei. Bodo kaputt und... Oh, das ist schlecht. Ah. Das geht. Ähm. Ich vertraue darauf, dass Tom heilt. Gut gemacht. Aber das Gegenheilen ist doof. Na komm. Steh wieder auf. Geht doch. So. Bodo ist schon angeschlagen. Aber wie gesagt, dass er heilt, ist das Ärgerliche. Boah. Boah. Ich dachte gerade eben, das wäre es gewesen. Und er heilt sich wieder selber. Ähm. Mal gucken, ob das diesmal klappt. Es klappt nicht. Das ärgert mich richtig, dass man die nicht einschläfern kann. Das ist so, so als wäre es unnütz. Okay, jetzt müssen wir aufpassen wegen den Lebenspunkten. Genau deswegen. Ähm. Jetzt mal lieber eine Heilung reinwerfen. So, super. Tom ist wieder aufgewacht. Jawohl. Ja, geht doch. So, Schnüggelchen. Jetzt bist du dran. Alles klar. Da kam der Crit angeflogen. Und daneben. Wunderbar. Ich glaube, du hältst nicht mehr lange. Ja, sie hat tatsächlich gar nicht so viele Lebenspunkte. Aber gut. Sie kann jetzt ausweichen. Aber selbst wenn sie bekräftigt ist, ist alles noch schön gut. Ja, ich finde auch, dass Lebenspunkte leisten echt gut gewesen wären. Ha. Das ging. Das Leveln hat sich gelohnt. Das habe ich hier ganz vergessen. Das habe ich hier ganz vergessen. Oh! Oh! You, too? Was ist mit allen Dingen, all of a sudden? Nicht, dass ich so blöchst. Ha. Ah! Ah! Ah. Ah. You're up, Partner. Ah! 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 Ja, dass ich da mitgeholfen habe, das interessiert natürlich keine Sau, ne? Die Invincibles nehmen das Finale! Und was ein Finale es war! Schau auf die Zeremonie, Leute! Und der darf nur den Pokal behalten! Wir haben gewonnen! Es war nicht einfach, oder? Das war noch das schwerste Tournament. Danke, dass wir es mit mir sehen, Partner. Hey, der große Preis ist etwas, was der Rheinbauer. Woher es ist, ist es ein paar Döse. Wie geht es, wenn wir es verkaufen? Hey, Vince braucht Hilfe! Hier! Ja, wir sind einfach mal draußen. Hey, Glückwunsch! Das war ja eine unglaubliche Vorstellung da draußen. Die Sache mit Tom ist natürlich sehr schade. Was ist mit dem überhaupt? Aber es scheint, dass er nicht zu lange außer Gefecht sein sollte. Vermutlich fordern einfach all die Jahre des Kampfes ihren Tribut. Ähm, jedenfalls wird die Preisverleihung so lange verschoben, bis er wieder auf den Beinen ist. Sieht so aus, als bliebet ihr uns noch etwas länger erhalten. Die Turnierleitung hat dafür gesorgt, dass ihr in der Herberge kostenlos übernachten könnt. Warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Hm. Aber ich habe doch volle Lebenspunkte. Warum sollte ich mich ausruhen? Nein, alles gut. Ähm, ja. Irgendwie ist das unheimlich. Da säuft sich erst einen zu und dann kommt der Herzkasper. Wer weiß, was das für Steroide sind, die er sich da reingedrückt hat. Oh, hallo. Ich habe von der Sache mit Tom gehört. Wir sind alle ziemlich geschockt. Hört mal, die Turnierleitung hat etwas Geld zur Verfügung gestellt, damit ihr heute kostenlos übernachten könnt, nach allem was passiert ist. Wollt ihr euch schon auf euer Zimmer begeben? Joa. Gut, dann zeige ich euch jetzt euer Zimmer. Erholt euch gut, ja? Ich will nicht, dass es euch wie euren Partner ergeht. Es ist ja nicht so, dass diese Herberge nicht nur ein Zimmer hätte. Es ist ich, Rab. Ich brauche ein kleines Wort mit dir. Kann ich rein? Nur, wenn du deine hübsche Begleitung dabei hast. Ähm. Okay. Diese Situation ist jetzt hart eskaliert. Ich wollte eigentlich nur mit deiner... Das ist uncool. Äh. Auf jeden Fall. Du bist eine Star. Mit dir selbst und deinen Partnern hier, um zu helfen. Ich bin sicher, dass wir sie in keinem Zeitpunkt finden. Genau. Das letzte Mal, wo jemand sie gesehen hat, war bei der Orphanage. Lass uns da anfangen. Lass uns da anfangen. Ah. Seht ihr mal? Jetzt kommen wir wahrscheinlich... Achso. Ihr habt das ja nicht mitbekommen. Ähm. Das letzte Mal habe ich versucht, die, ähm... Die, die, die... Metall... Äh. Die Metallpuddings... zu, ähm... zu suchen. Und es gibt hier eine anscheinend unterirdische Kanalisation, wo es die häufiger geben soll. Scheinbar. Ähm. Mal gucken. Also... Gucken wir uns erstmal hier um. Na. Weil... Das war ja das Ziel. Schauen wir mal, wie es dem guten Tom geht. Hallo. Sag mal, wo schläft denn der eigentlich? Ich meine, wenn... Wenn hier völlig un... Oh. Hier ist noch ein Buch. Sehe ich gerade. Erinnerung eines Schatzsuchers. Band 1. Aha. In diesem Tagebuch werden die Abenteuer eines bescheidenen Medaillenjägers beschrieben. Aha. Ich hoffe, äh... Es bietet den Lesern zumindest eine unterhaltsame Ablenkung. Mein Name tut nichts zur Sache, aber wenn ihr nun unbedingt irgendetwas nennen müsst, nennt mich anonym. Warum habe ich mich auf die Suche begeben? Nun, das Angebot des Griechowelder Ministerpräsidenten von einer Million Münzen für ein bestimmtes Artefakt hat dabei keine unerhebliche Rolle gespielt. Der Legende nach brachte der Lichtbringer bei seiner Rückkehr von Yggdrasil vor 100 Jahren etwas mit, den Schillerzweig. Als ich hörte, dass mich dieser kleine Stock zum Millionär machen könnte, nahm ich mir nicht mal die Zeit zum Packen, sondern war im Nullkommanichts unterwegs. Und so begannen die Abenteuer des Schatzsuchers anonym und die schwierige Suche nach dem Silberzweig. Toll. Ich dachte, es geht jetzt um diese komische Medaillen, die wir hier überall finden. So, schauen wir nochmal hier rein. Hallo? Ist hier jemand? Immer noch keiner. Ich glaube, das Buch hatten wir schon, ne? Das war ja... Da haben wir irgendwelche... Ja genau, Schmetterlingsgefühle. Die Anleitung kennen wir schon. Damit konnten wir coole neue Kopfteile bauen. Hallo Kinder! Ich bin nur hier, um eure Vasen kaputt zu machen. Was habt ihr denn hier? Versteckt ihr hier Geld? Ne. Ein Glück für euch. Ist hier drüben noch ein Buch? Nein. Ist natürlich auch nett. Kommst einfach in ein Waisenhaus und zerschlägst deren Hab und Gut. Ich glaube, langsam wirklich, wir sind gar nicht der Lichtbringer. Sondern wir sind das Gegenteil. Wir sind hier, um die Welt ins Verderben zu stürzen. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Kohle. Und die hole ich mir einfach aus dem Haus der Waisenkinder. Ich bin sowas wie die Anti-Zahnfee. Das wird jetzt echt gemein. Das wird gleich so South Park Niveau. Die Anti-Zahnfee. Ich schlage Zähne aus und klaue das Geld. Okay, aber es war so wie ich es mir gedacht habe. Hinter dieser Müllkiste ist eine Höhle. Und diese Höhle werden wir jetzt erkunden. So. Da sind wir ja alle wieder. Schön, schön. Freut mich sehr. Bazinga. Ah. Okay. Die Gegner kennen wir glücklicherweise schon. Und die halten nicht sonderlich viel aus. Deswegen werde ich die Taktiken wieder von allen auf umsichtig stellen. Und wieder auf Autokämpfe wechseln. Wenn ich wieder in der Nähe einen Bosskampf sehe, dann werde ich den auf jeden Fall... Oh. Das war's mit den Zaubersprüchen. Ähm. Wenn ich wieder in der Nähe eines Bosskampfes sein werde, dann werde ich... Ähm. Werde ich das Ganze wieder ändern. Oh, wie süß. Der hat nicht genügend Magiepunkte gehabt. So. Und wir gucken uns hier natürlich auch ganz gemütlich um. Das ist ein ziemlich großer Dungeon hier. Das muss man ja mal sagen. Mit Zombies. Wenn schon, denn schon. Was the... Äh. Ach. Veronika hat nicht nur Knister, sie hat sogar Brutzel. Also die Erweiterung von Knister scheinbar. Äh. Und der alte Mann sollte nicht unbedingt anfangen mit Feuer um sich zu werfen. Äh. Mit Schlägen. Ah. Ich hoffe... Also ich... Ich hoffe das gibt ordentliche Erfahrungspunkte hier. Weil der hält ganz schön viel aus und es wirkt nur so. es wirkt nur so ja es hat wirklich nur so gewirkt also wie gesagt hier soll es angeblich diese Metallblobs geben und diese Metallblobs sind unglaublich gut weil die halt eben richtig krasse richtig krasse 2000 Erfahrungspunkte bringen und 2000 Erfahrungspunkte das ist schon mittlerweile 5 Kämpfer ein Level up und wenn die dann auch noch in 2er Teams kommen wären das 4000 Erfahrungspunkte und dafür dass die eigentlich verhältnismäßig wenig Schaden machen ist das ziemlich krass gut das sieht mir hier alles so ein bisschen aus als ob wir am Ende dieses Dungeons gegen eine riesengroße Spinne kämpfen dürfen hinu natürlich nur unter der Voraussetzung also mit den mit den Blubbers funktioniert das natürlich nur unter der Voraussetzung da dass die auch genauso viele Erfahrungspunkte bringen wie sie es am Anfang tun ist der jetzt eigentlich vergiftet ne ist er nicht sehr gut ja lassen wir es einfach mal ne du bist nur ein Zombie Zombies sind blöd keiner mag Zombies so hier haben wir noch ein paar von den dicken Dingern aha der Weg führt in eine Sackgasse das heißt wir gehen erstmal hier lang der Grund ist ein einfacher weil hier gibt es dann im Normalfall auch ähm noch irgendeinen tollen wundervollen Gegenstand und tolle wundervolle Gegenstände sind immer gut versteht sich glaube ich von selbst ach komm du kommst mir so dann komm ich so und dann mach ich so und dann Unfall also Feuer bringt hier nicht so viel und Opa ich wiederhole es nochmal lass das bitte mit den Nahkampfangriffen lass das mal die Profis übernehmen das ist wesentlich besser als hier dieses komische Rumgehüpfe was du hier versuchst ach wie süß Zombies aber ja wie schon gesagt hier ist irgendwas cooles meuchelt durch ah egal ich bin mir nicht so ganz sicher dass das irgendwas bringt also jetzt reicht es mir aber Taktiken alle befehlen folgen bestätigen kämpfen so weil das ist doch echt total bescheuert so das sind einselben Gegner und ihr macht hier teilweise so so ein Move wir können hier die ganze Zeit ganz gemütlich in großen ähm also mit großen Angriffen arbeiten so so einfach geht das mit denen ich verstehe euer Problem nicht die kamen noch nicht einmal zum Angreifen also ne also zum ähm zum Grinden ist das Autoangreifen auf jeden Fall mega gut find ich aber jetzt hier gegen einfach so gegen Gegner kämpfen ich frag mich was den was mit den was mit meinen NPCs nicht stimmt oder generell mit meinen Charakteren so das gleiche versuchen wir doch gleich nochmal brutzeln auf beide ja das war schon mal nämlich ziemlich geil jetzt kommt nochmal ein Knister von ihm das war nicht so geil aber dafür kann sie jetzt zum Beispiel was ist denn das hier halt alle Gruppenmitglieder von Lähmungseffekten lässt einen Gefallen verbündet mit 50%iger Wahrscheinlichkeit wieder auferstehen nice äh ne aber komm machen wir einmal Säuse das geht dann wieder auf beide ja gut da kommt die Heilung du darfst jetzt einmal angreifen weil das ist der letzte Hit naja Rionaldo unter eine Schatztruhe hm Silbererz sehr gut sollte man sich merken hier kann man Silbererz ähm bekommt man Silbererz gedroppt na dann einmal hier durch schauen wir nochmal ach krass das ist ja echt ein riesiges Konstrukt hier hier entlang weil das sieht schon wieder so aus wie er da drüben sehe ich eine Kiste kommen sicherlich gleich Zombies aus dem Boden ich habe sie schon gehört oh 1000 Goldmünze keine Zombies ah dafür aber Skelettkrieger hier haben wir doch auch nochmal irgendwas sag ich doch noch mehr Silbererz wollen wir es mal probieren gegen die Skelettkrieger ich glaube die sind neu die kenne ich noch nicht komm mal schauen das oh das ist natürlich jetzt schon mal das ist mal neu oh das war bitter das ist insofern bitter weil ich eigentlich ähm nämlich Peng machen wollte genau weil ich nämlich genau das zurückgeben wollte jikes ja genau kann nicht wirken äh ach so Zauber kann ich auch nicht wirken lieber auf die hier ach ja der ist auch auch stumm stumm ist gar nicht gut so Zauber nee das bringt nichts dann lieber Veronica heilen vielleicht heilt der älte dann jetzt ne der heilt nicht der greift einfach irgendwie an hey aber je noch kommt noch mal ein Peng we did it Darlings ja haben wir das nicht schön gemacht insgesamt 25.000 Goldmünzen haben wir schon gesammelt in diesem Spiel hey das sind Gegnergruppen die ich gerne habe so Zauber knüster auf alle Zauber brutzel auf alle Säusel kommt noch hinterher und ich glaube das war es dann auch ja sag ich doch alles gar kein Problem ein Stück weit zu einfach an der Stelle so ähm ja ist ein bisschen die Frage was hier noch alles offen zukommen wird so ich flitz mal einfach an den vorbei und gehe erstmal hier lang weil hier kommen wir auf jeden Fall wieder nach oben zu einer Sackgasse oh was bist du denn so viel zum Thema Sackgasse der gehe ich wieder zurück ähm ja ich würde mal sagen den Großen also ich würde mal erstmal sagen ähm erstmal Magie wirken Mittelheilung ja doch Mittelheilung einmal auf ihn ja komm dann einmal noch auf ihn Heilung auf Veronica und nochmal auf sich selbst wunderbar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Tagesplatzplatte Dragon Quest 11 mit dufter Typ und alter Typ mit Schnurrbart bis bald